Ich muss mich halt auch irgendwann mal dazu durchdringen, Junkrat mal auszuprobieren. Lass das mal hin. Wow, danke für dein Vertrauen. Gerne, gerne. Ach, ich habe gerade auch die Map verwechselt. Ja, okay. Wow. Ach so. Moment, ich habe eine Mercy. Ach, wow. Von der Seite kommt eine Farrah. Da ist es mir eine Mercy. Ich versuche gleich mal zu glücken. Okay, ich habe die Farrah gegrippt. Auch gut. Oh Gott, oh Gott. Na toll. Will der Dunge mir meinen Kill klauen? Ja, nee, ich... Da wollte er eigentlich... Also ich hatte nicht gesehen, dass ich nur so low erfahren kann. War der Hook ein bisschen unnötig, aber... Ach, schade. Ah, wo ist die Farrah? Da. Oh Gott, oh Gott. Oh, shit. Die neben ist... Da ist ein Best schon hinten. Da kommt... Wir müssen jetzt aufpassen lassen. Okay, wo ist der Best schon hin? Ach, ist tot. Sag das doch an. Ah, sorry. Vergessen Kopf zu drücken. Hehehe. Wie sieht es aus? Ist jemand da oder so? Merkt es? Ja, ich bin da. Ich habe gerade nur so ein Facherproblem. So, die da mit der Ulti ein bisschen... ...geschärft liegt. Nein! Aber egal. Rück Mercy. Ja, lass mich die Uhr... Nein! Ah, da ist doch noch gemerkt, dass ich lebe. Uh, da hinten ist ne Dingens. Eklig. Was, was, was? Widowmaker. Wo ist die? Ah! Da hinten rum rein. Ja, kack dich gerade. Ja, da hinten ist wenig hilfreich. Ja, irgendwo da hinten. Kann ich die jetzt auch nicht genau callen, wo du... Ja, das war... Dann... Keine Ahnung. Hinten rechts. Vom Spawn aus gesehen. Also von dir kam... Ja. Jetzt glaube ich kein Problem. Okay, das... Oh, oh. Nein! Nie im Leben! Aber ich habe die Pharah noch gemacht. Die hat einen Lucky Headshot gemacht bei mir, oder was? Das war ne... Kurze Runde. 100 zu 0. Ja, das ist die Map, die ich gerade eben dachte, dass es die jetzt wäre. Okay. Beste Point. Ist ja immer dieselbe Map, das ist nur ein anderer Point, oder? Ja, wow! Mimimimimi! Wird ja sein können, dass du ne ganz andere Map machst. Nein, 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 nein! Ich hatte nur, wie gesagt, dann eben den Point gerade. Der ist geil, der Point. Ich mag den irgendwie. Entweder du defendest den richtig gut, oder du kriegst mega auf die Fresse und kommst irgendwie nie wieder rein. Ja, ist echt so. Ist echt so. Dann rauf. ach ja gut okay das war scharfschätze dein Liefer hat mich nicht gesehen da ist wohl ein Bestium runtergefallen nein nein oh mein Gott so gerettet Dunga so ja war richtig alter ich hab aber am Bestium vorbei die Mercy gegrabt gehabt die hab ich nicht ganz da angekriegt da war doch grad irgendwo der Lipper da hängt mit einem Bestium rum ok das war nix Bestium ist tot weiß einer holt der direkt von mir kann sich niemand verstecken oh 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 ich geh ja mal von hinten oben von linksfahrer von hinten nach außen von hinten nach außen ok gerade fix oh Gott oh Gott oh Gott der scheiß von der Activation aaaa oookay das ist bisschen zu krass das war fail ulti aaaa ich hasse Bestium Bestium down point on my way also mit Genshin kann man Bestium wunderbar töten einfach den Fleck einfach den Fleck mal schnell Reinhard weg sooo Nulli ist ready danke fürs hochkicken Reinhard alter einfach dass ich die mercy machen konnte sehr fett mit Genshin ok das war ach da kamen gar Bestium ins Panzer rum nice weißt du von vorne Bestium Panzer hinter mir Farah ulti yeah wow und wieder Hechtum weg eici mal an Platze Dreck 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 oh Gott von mir kann sich niemand verstecken oh Jungs Reaper fahren links ne natürlich oh 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 ich blieb mal mit dir hier oben ich gehe on point dann zum ok das kann ich so vergessen alter waaa da war der Bestchen wow NEIN man ich sehe wo der ist aber dank für das macht jemand die Widowmaker weg ah ist schon weg ok wunderschön na lauf nicht weg ich komme nicht wieder von ok easy ja das ging nochmal macht es doch nicht so einfach sehr langweil die Widowmaker von denen war nicht gut wie häufig die andere vorbeigeschossen hat i see i see